Hallo, ich darf dich wieder recht herzlich willkommen heißen. Ich bin Christian Lill 34, geprüfter Finanzmarktanalyst und seit über 10 Jahren am Finanzmarkt aktiv und möchte dir heute nochmal ein kleines Nachtragsvideo geben zu dem letzten Video. Das hat für enorme Furore gesorgt hier in der halben Community, die sind aufgeschrien und ich denke, ich muss da nochmal nachgreifen, ich muss euch das nochmal ein bisschen besser an die Hand geben. Und deshalb in diesem Video nochmal zum Nachtrag die ganz genaue Erklärung, wie man als Sparplananleger jetzt richtig vorgeht. Ja, eigentlich wollte ich ja tatsächlich, das nächste Video habe ich ja angekündigt, ein Video darüber machen, welche Branchen, welche Aktien ich jetzt derzeit für einen fallenden Markt interessant halte. Allerdings, wie schon angekündigt hier im Teaser, ich muss unbedingt nochmal ein Video machen, denn wirklich, es gab Aufschrei, es gab Hate-Kommentare. Was ist los? Ja, vielleicht versteht es der ein oder andere nicht und deshalb muss ich da nochmal nachgreifen und dir wirklich nochmal erklären. Einfach ganz klar und klug, ja. Grundsätzlich, Sparplananleger sind ja wirklich gut, ja. Wenn du keine oder relativ wenig Ahnung vom Markt hast, ja, dann ist ein Sparplan die beste Option, die es gibt. Warum? Sehen wir hier im Chart. Ein Sparplan ist eine monatliche Ausführung, die du automatisch tätigen lassen kannst, egal in welcher Aktie, in welchem ETF. Ich habe hier beispielsweise mal den DAX mitgebracht, ja. Einfach zum Beispiel, zum gut erklären, ja. Irgendwann entscheidest du dich, du startest einen Sparplan und lässt jeden Monat Kurse ausführen, ja, zum ersten von mir aus. Solltest du eher mal überlegen, ob es nicht zum 15. doch mehr Sinn macht. In jedem Fall ist es hier schematisch einfach dargestellt, du kaufst immer wieder Anteile zu jedem Monat, ja, und profitierst eigentlich dadurch von einer Akkumulation, ja, von einer Aufsammlung von Kursen, ja. Hier in dem Beispiel, sehr gut dargestellt eigentlich, du hast in diesem Kaufbereich relativ gut akkumuliert. Du hast dir viele verschiedene Anteile zu verschiedenen Preisen gesichert, profitierst vom Cost Average Effekt. Das heißt, du senkst bestenfalls oder mischt bestenfalls deinen Einstiegskurs, ja. Und letztendlich ergibt das dann in der Summe, beziehungsweise in weiter steigenden Märkten, durchaus eine gute Option, um davon langfristig zu profitieren, ja. Das ist Grundsatzannahme, klar, ja, oder? Gut, das wollte ich nochmal ins Gedächtnis rufen. Jetzt aber zum aktuellen Beispiel, als ich sagte, warum solltest du jetzt deine Sparpläne stoppen? Das versteht keiner oder nur die wenigsten tatsächlich, es gab welche, die können über den Tellerrand hinweg blicken und deshalb muss ich das nochmal ins Gesicht greifen, weil das kann ich so nicht stehen lassen, Freunde. Ich bin ja letztendlich jemand, der tatsächlich da durchaus versiert davor gehen kann und ich möchte den einen oder anderen hier einfach mal ein bisschen Input geben, was jetzt hier Sachstand ist, was jetzt hier Sachlage ist, ja. Ich habe dir dafür in den letzten knapp 10, 12 Jahren hier seit 2011 immer mal diese aktuelle Geschichte, die aktuelle Saisonalität dargestellt. Wie gesagt, findest du alles nochmal im letzten Video, wer es nicht gesehen hat, aber ich möchte den Nachtrag nochmal unbedingt geben. Wir hatten immer wieder Drawdowns, ja, also Rückläufe. Statistisch gesehen saisonal völlig einwandfrei einplanbar, ja. Und das ist mal stärker ausgefallen, mal schwächer ausgefallen, ja. Irgendwann, klar, wir sind langfristig in einem Aufwärtstrend, bestenfalls alles tiptop, ja. Und dementsprechend profitierst du natürlich auch, gerade in solchen Phasen, in solchen rückläufigen Phasen mit deinen Sparplänen deutlich besser, weil du kaufst natürlich zum selben Geld, zum Beispiel, ich weiß nicht, 100 Euro, mehr Anteile, weil der Kurs von dem Anteil jetzt hier, hier vom DAX gesunken ist, ja. Also kriegst du mehr Anteile. Und das zieht sich dann jetzt hier hinweg und durch. Und was wir sehen, beziehungsweise meine Aussage war, stoppt die Sparpläne auf Aktien und ETFs jetzt. Warum? Ja, jeder denkt sich doch, Christian, und das bestätigen ja auch die Kommentare, und es freut mich natürlich, dass hier Feedback kommt, selbst wenn der eine oder andere ein bisschen übertrieben hat, wie ich finde, aber kein Problem. Dafür bin ich da, ich kann das ab. Und ich möchte euch das nochmal ins Detail rufen, warum das so ist. Warum ich behaupte, es wäre sinniger, seine Sparpläne jetzt zu stoppen. Der Hintergrund ist nicht nur die Saisonalität, ja. Die Saisonalität beginnt gerade, wir sehen hier immer zwischen Juli und September deutlich rückläufige Kurse. Manchmal geht es in Oktober oder gar in den Dezember hinein, ja. Also rein statistisch betrachtet. Und jetzt ist es so, dass es ein Effekt ist, also ein Aspekt, Saisonalität. Der zweite Aspekt ist natürlich die Chart-Technik selbst, ja. Es geht hier nicht um Wahrsagerei oder Hellseher, bin ich hier auch nicht. Aber es ist durchaus sinnig, sich mit dieser Chart-Konstruktion oder mit den Chart-Thematiken überhaupt zu befassen, um tatsächlich hier einen Weitblick zu generieren. Und was wir jetzt hier sehen, ist eben sehr wahrscheinlich, dass wir hier in Form einer möglichen Top-Bildung sind. Und ihr seht schon, möglich, ja Christian, weiß es jetzt oder weißt du es nicht? Ja, natürlich weiß ich es nicht, sonst wäre ich schon Milliardär, verstehst du? Aber es geht ja nicht darum, was zu wissen oder nicht, sondern es geht darum, etwas zu antizipieren und bestenfalls darauf zu partizipieren, ja. Und diesen Gedankengang, den möchte ich dir nochmal in den Fokus rücken. Weil selbst, nehmen wir mal das Beispiel an, die Saisonalität endet hier und jetzt mit diesem Tiefstand hier um 17.035 Punkte hier im DAX. Und wir sehen neue Allzeithochs, ja. Dann sagst du dir, ja, perfekt habe ich das gemacht, ja, ich habe nicht auf den Christian gehört, ich habe mir keinen Input geholt, ich habe nicht über den Tellerrand hinweg geschaut, passt alles, ja. Ja, ich habe hier Tiefe eingekauft, alles tipptopp und der Markt macht neue Allzeithochs. So ist die Regel, so bestätigt es die Regel. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Mal mehr, mal weniger. Letztendlich hatten wir auch hier deutliche Rückgänge, ja. Also, wir sprechen hier von Rückgängen, ich meine über 26%, Corona-Crash hier über 38%, hier zuletzt im 2019, 23%, 2015, 27%. Jetzt macht es doch Sinn, wenn man so eine derzeitige Chartkonstruktion lesen kann. Wenn man mit über den Tellerrand Aspekten kombinieren kann, das zu prüfen, ob es nicht doch Sinn macht. Weil, stell dir vor, du bist hier, ja, ganz klar, wir sind hier jetzt im Juli 2015 und du startest deine Sparpläne, beziehungsweise lässt sie natürlich laufen und sammelst hier immer wieder ein, jeden Monat und jeden Monat, was natürlich echt super ist. Wie gesagt, das macht natürlich für die, die weniger von der Materie verstehen, durchaus Sinn, ja, das ist die beste Option, ganz klar. Und irgendwann sammelst du jetzt hier ein, ja, und dann hast du eine Akkumulation, zum Beispiel von diesen Kursen. Ja, du sammelst natürlich, klar, über mehrere Jahre ein, ja, das ist ganz klar. Aber was jetzt de facto wichtig ist, hättest du jetzt diese, in dieser Phase die, die aktuellen Sparpläne ausgesetzt und hättest du in dieser Phase gestartet, warte, warte, ich zeichne es dir nochmal auf, weil das ist wirklich, diese hättest du ausgesetzt, ja, und in dieser Phase startest du erneut die Sparpläne mit dem ausgesetzten Kapital, was du dir hier gespart hast, ja, dann profitierst du doppelt. Warum? Weil natürlich erstmal die Kursstände tiefer sind und zweitens, du kaufst auch noch zum doppelten Preis ein, also nicht mehr zu den 100 Euro, ja, sondern angenommen, du hast es hier 10 Mal ausgeführt, diese 100 Euro, die sparst du dir, also lässt du hier 10 Mal 200 Euro ausführen und wenn das vorbei ist sozusagen, dann lässt du wieder deine 100 Euro durchlaufen. Das heißt also, du hast einen deutlich tieferen Einstieg akkumuliert, ja, in dieser Marktphase, in dieser schwachen Marktphase hast du mittel- bis langfristig deutlich tiefere Kurse genutzt und noch besser sozusagen mit höherem Kapital gekauft, ja, und das ist die Intention. Warum denke ich jetzt, tritt das jetzt bei uns ein? Warum sollte das de facto, das kann man ja nicht wissen, warum sollte diese Konstruktion, diese hier, diese erste Abwärtswelle, diese Holungswelle und zweite Abwärtswelle jetzt bei uns eintreten? Jetzt de facto. Es ist klar, dass wir natürlich die Möglichkeit sehen, hier in Kombination A, der Saisonalität, nochmal, B, der wirtschaftlichen Lage, wir grenzen an einer Rezession, ja, und C, wir sind an einem Zinswendepunkt. Der Zinswendepunkt stellt, wie leider nicht nur die wenigsten wissen, tatsächlich den Wendepunkt auch an den Aktienmärkten dar. So, und diese Kombination lässt mich darauf schließen, das heißt A, Schadtechnik, B, Zinsen, C, wirtschaftliche Lage, und D, Saisonalität, also vier Punkte, anhand dessen erwarte ich, dass selbst wenn es ein neues Rekordhoch gäbe, dieses nicht nachhaltig ist und wir deutlicher korrigieren werden. Das heißt also, es macht Sinn, die Sparpläne jetzt erst recht in einer Erholungsphase, das wissen wir ja nicht, sollte sich der Markt erholen, erst recht auszusetzen, erst recht auszusetzen, und dann wieder tatsächlich zu starten, wenn wir in diese Bereiche kommen, welchen Bereich meine ich da ganz genau, ja, kann ich natürlich vorher nicht hundertprozentig definieren und das hat hier klar auch ein Kommentar hinterlassen, ist absolut richtig, ja, aber vielleicht beschäftigt sich dieser jemand, dieser Sparplananleger eben nicht mit dem Weitblick und macht das, was alle tun, durchaus berechtigt, dann bekommst du aber auch nur das, was alle bekommen, nämlich das Standardding, ja, aber du willst kein Standardding, du willst doch viel mehr rausholen aus dem Markt, was geht oder nicht. Also, kann ich nicht nachvollziehen, deswegen hier nochmal wirklich die Erklärung. Und es macht also Sinn, hier in diesem Bereich nochmal die Sparpläne zu starten, ja, und dann mit doppeltem Kapital, ganz klar. Und die Frage ist natürlich nur, ja, kommt die Phase oder kommt sie nicht? Ja, mittelfristig gesehen, also unabhängig jetzt dieser zweiten saisonalen Phase, muss man sich ja die Frage stellen, bis jetzt notieren wir ja hier, das ist ja ein langfristiger Aufwärtstrend, ganz klar, ja, seit 2009. Wir haben hier zunächst den ersten richtigen Abwärtstrend gesehen, 2007 bis 2009, ja, und seitdem her laufen wir stupide aufwärts. Irgendwann wird die Phase kommen, dann gibt es diese Dips nicht mehr, ja, und wir drehen den Markt und das haben gar nicht viele auf dem Schirm und das ist das, wobei sehr wahrscheinlich auch ein Aspekt im nächsten Jahr dann letztendlich durchaus mit einfließen lassen kann, ja. Das heißt also, durchaus besteht die Möglichkeit hier im DAX neue Rekordstände zu markieren. Wie gesagt, meiner Meinung nach absolut nicht nachhaltig, deswegen hier in jedem Fall meine Optionen Sparpläne aussetzen und dann zu tieferen Kursen eben im Bereich 16.700 oder wie gesagt einfach Kanal abonnieren, dann kriegst du das Video dazu, wann ich tendenziell Sparpläne wieder starten würde. Weil genau darum geht es ja, letztendlich ein bisschen mehr rausholen vom Markt und nicht immer das, was alle tun und einfach stupide anlegen. Klar kann man das machen, aber wenn du mehr willst, solltest du tatsächlich diesen Kanal abonnieren und auf dieses Video warten oder dich selbst ein bisschen mit dieser Materie beschäftigen. Letztendlich ist die Sommersaisonalität nur ein de facto Teil, nur ein Aspekt, ein Puzzleteil, neben den anderen genannten. Könnte es mittelfristig auf Sicht des nächsten Jahres durchaus düster werden, ja. Das ist alles nur mal ein klein bisschen Input, um vielleicht nochmal den Nachtrag und Nachgang, den Nachdruck im letzten Video hier tatsächlich etwas zu verstärken. Ja, ich bin da absolut rigoros, ja. Das hat mir gezeigt die Kommentare und kommentiert auch hier gern wieder, ja. Ob ihr das so nachvollziehen könnt, ob ihr das verstanden habt, wie meine Sichtweise ist. Oder könnt ihr es auf euch ummünzen, bin ich echt gespannt drauf, ja. Also, letztendlich ist es nur ein Input, ja. Einfach nur ein Input, ich brauche hier niemanden irgendwas verzehren, keiner muss auf mich hören, ich darf eh keine Anlageberatung machen. Aber es ist so, dass ich halt durchaus in der Lage bin, bereits solche Marktphasen zu analysieren, ja. Und dementsprechend zu partizipieren, tatsächlich. Und da ist kein Hexenwerk dabei, das kostet einfach viel, viel Zeit, viel Know-how, viele Erfahrungen, praktisches, theoretisches Hintergrundwissen, Kombinationsmöglichkeiten. Ja, das ist nicht einfach so, der DAX fällt jetzt oder der DAX steigt jetzt. Ja, da kommt viel, viel mehr dazu. Aber wenn du der Meinung bist, du solltest weiter Sparpläne ausführen lassen, dann mach das gerne. Hier zwingt dich niemand zu irgendwas. Letztendlich geht es nämlich um deine Kohle. Jetzt aber, im nächsten Video, wirklich, gibt es die möglichen Chancen, die ich tatsächlich favorisiere, in einem möglichen fallenden Markt. Und davon gehe ich jetzt jüngst aus, selbst wie gesagt mit einem neuen Rekordhoch, hier im Bereich der 20.000 durchaus annehmbar. Letztendlich wird aber diese Zone 16.500 durchaus Relevanz besitzen, wenn sie denn überhaupt hält. Aber die Chancen, die ich dir zeigen möchte, sind durchaus solide Werte. Und darauf kann man sich gerade in schwachen Märkten und in Kombination mit der Zinswende durchaus drauf verlassen, dass sie tendenziell tatsächlich deutlich stärker performen als der Aktienmarkt selbst. Sei gespannt, bis zum nächsten Video. Bis dahin.